Hey Leute, was geht ab und nicht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Unser Umzug steht so allmählich langsam vor der Tür und ich bin ja so ein Mensch, ich bin immer sehr, sehr gut vorbereitet und auch schon gerne ein paar Wochen vorher. Wir haben jetzt noch bis Ende September schon noch so drei, vier Monate gut Zeit, um alles vorzubereiten, aber, das große Aber, ich weiß ja, dass auch noch sehr, sehr viel anderes auf uns zukommt in dieser Zeit und dass wir uns wirklich nicht nur zu 100% auf den Umzug konzentrieren können. Deswegen habe ich jetzt schon mal alles so ein bisschen vorbereitet hier bei uns in der Wohnung und habe ganz viel aussortiert, ganz viel umgeräumt, einiges schon mal zusammengepackt, was wir vielleicht auch gar nicht mehr brauchen. Also es ist noch kein Umzugsvlog hier, sondern ich sortiere in diesem Video ganz, ganz viel mit euch aus und habe euch dabei mitgenommen, auch über mehrere Wochen. Also ich habe vor ein paar Wochen schon angefangen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video und wollte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr uns so fleißig verfolgt bei unserer Hausbaureihe. Also viele hatten ja schon Angst, dass sie bald enden wird, aber das ist ja gerade erst der Anfang. Also wir werden euch natürlich auch noch mitnehmen, wenn wir einziehen, Möbel aufbauen, alles einzurichten und so. Also da wartet noch ganz, ganz viel auf uns und somit auch auf euch. Also seid gespannt und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um auch nichts mehr zu verpassen. Also los geht's! So, ich werde mich jetzt mal an diese Kommode hier machen bei uns im Esszimmer. Die ist so voll beladen, wie man hier schon sieht, dass die hier schon völlig auseinander geht. Da müssen wir irgendeine Lösung finden, wie wir die wieder zusammengebastelt bekommen. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass sie einfach viel zu schwer beladen ist. Und ja, die werde ich jetzt mal aussortieren und zeige euch hier mal ein Vorher-Nachher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich melde mich hier nochmal zurück. Es sind wieder ein paar Wochen vergangen und ich widme mich heute hier dem Arbeitszimmer-Dachbodenaufgangszimmer. Das ist eigentlich unsere größte Rumpelskammer hier. Ich drehe jetzt gleich die Kamera mal um, dann seht ihr, wie es hier aktuell aussieht. Ich habe die letzten zwei Stündchen hier schon ein bisschen was geschafft und schon ein bisschen Ordnung geschafft. Es ist auch vorher noch schlimmer aus. Bis zum Umzug möchte ich auch hier wirklich Ordnung haben, sodass wir wirklich auch nur noch alles hier haben, was wir auch mitnehmen möchten. Keinen unnötigen Ballast. Und deswegen sortiere ich das jetzt alles schon mal vor, damit wir uns auch ein bisschen Zeit sparen, wenn es dann ums Packen geht. Also ich zeige euch mal, wie es aussieht. Ja, so sieht das Büro aktuell aus. Ich habe hier schon eine Mülltüte stehen und bin hier gerade schon am Durchsortieren. Hier unten stehen noch ganz viele Sachen, die jetzt gleich wieder ins Regal eingeräumt werden. Das ist das Regal, welches ich gerade aussortiert habe. Das war wirklich bis oben hin voll und auch hier oben drauf standen super viele Sachen. Das habe ich jetzt auch mal abgestaubt. Das sieht nicht mehr ganz so schön aus. Hier sind schon so richtige Abnutzungen. Aber ich möchte das unbedingt mitnehmen beim Umzug. Ich hatte schon überlegt, ob ich das irgendwie beige anstreiche oder so, weil ich finde das super schön. Ich würde es ungerne hier lassen oder verschenken oder was auch immer. Deswegen mal schauen, wie ich das noch retten kann. Und ja, hier läuft das Chaos weiter. Hier nimmt das Chaos seinen Lauf. Hier stehen schon ganz viele neue Sachen fürs Haus, wo ich aktuell noch keinen Platz für finde. Und auch hier werde ich jetzt gleich mal ein bisschen Ordnung schaffen und, oh Gott, ja, das alles mal ein bisschen in den Griff nehmen. Ich habe auch überlegt, ob ich hier diese Fotowall schon langsam mal abhängen soll. Da sind sowieso schon ganz viele Lücken, weil da Bilder runtergefallen sind, wie ihr auch hier schon sehen könnt. Also vielleicht werde ich die dann gleich auch schon abhängen. Mit allem, was ich schon geschafft kriege, kommen wir unserem Ziel, dem Umzug schon ein bisschen näher. Und ja, mal schauen. Aber jetzt widme ich mich erstmal hier dem ganzen Gerümpels. Schaut euch mal das Regal an. Ich bin fertig. Es sieht schon viel, viel besser aus. Und das habe ich einfach alles rausgeschmissen. Nur aus diesem Regal. Ich frage mich, wie das alles da reingepasst hat. Aber ich habe jetzt auch die Ordner wieder ordentlich gemacht. In den ganzen Boxen waren so Kleinkram drin. Und auch hier die Gläser wieder neu sortiert. Hier sind jetzt Klammern drin. Hier ist noch ein leeres Glas. Da kann ich noch irgendwie Kleinkram reintun. Hier sind jetzt so Washi-Tapes und sowas drin. Ich habe auch geguckt, welche Washi-Tapes noch kleben, welche alt sind, welche weg können. Aus den ganzen Blöcken habe ich alte Blätter rausgerissen. Und da hinten die ganzen neuen Blöcke hingestellt. Oder eher gesagt, neu aufgeräumten Blöcke. Und ja, hier ist noch so ein bisschen Kleinkram drin. Oben habe ich jetzt so provisorisch dekoriert. Aber ja, ich habe mir jetzt nicht viel Mühe gegeben mit der Deko, weil wir ja eh bald ausziehen. Deswegen bin ich froh, wenn das jetzt einigermaßen aussieht. Hier bin ich auch nochmal drüber gegangen, habe alles sauber gemacht und aufgeräumt. Ja, und jetzt sind wir bei der Krusch-Ecke gelandet. Und da mache ich es mir jetzt ganz einfach. Und zwar geht das so. Alles ist aufgeräumt und sieht wieder mega, mega gut aus. Hier ist alles wieder frei. Alles ist auf dem Dachboden. Da stehen noch so ein paar Einzelheiten. Aber ja, der Rest ist oben und das Zimmer hält sogar richtig hier. Zum Gegensatz zu vorher, weil es so leer ist. Und ja, sieht auf jeden Fall wieder richtig gut aus. Also das Büro hätten wir damit auch erledigt. Ich befinde mich gerade in meinem Ankleidezimmer, wie ihr sehen könnt. Wir haben jetzt gerade Ende März. Und ich mache mich darauf, mein Ankleidezimmer auszumisten, auszusortieren. Und schon mal so ein bisschen vorzubereiten für den Umzug. Es sind noch circa sechs Monate, fünf, sechs Monate. Wir haben immer noch genug Zeit, aber ich nehme mir wirklich alle paar Wochen hier ein Zimmer nach dem anderen vor, um einfach den Umzug so gut wie möglich schon vorzubereiten, dass wir hinten raus nicht so viel Stress haben. Und ja, ich nehme euch heute wieder ein bisschen dabei mit, wie ich diesmal hier das Ankleidezimmer umsortiere. Und ich zeige euch mal, wie es aktuell hier aussieht. Hier herrscht ein bisschen Chaos. Die Schränke sind mehr als voll. Gerade hier ist es super unordentlich, super unsortiert. Es liegen super viele Sachen auf dem Boden rum. Hier vor meinem letzten Trip ist noch ein Koffer, der noch nicht ausgepackt ist. Da stehen noch ganz viele Shooting-Sachen rum. Hier liegen Teile auf dem Boden. Mein Schminktisch sieht aus wie Sau. Ich habe hier auch die letzten Tage nichts mehr wirklich aufgeräumt, wenn ich ehrlich bin, weil ich wusste, es wird der Tag kommen heute, an dem ich hier rumsortieren werde. Und ja, das Kapitel gehe ich jetzt mal an mit euch. Mein Ziel ist es auf jeden Fall heute einiges rauszuschmeißen, den Kleiderschrank ein bisschen leerer zu kriegen, alles zu sortieren, alles aufzuräumen und ein paar Teile auch zu spenden, die dann am Ende übrig bleiben. Also, let's go! Ich habe jetzt gerade angefangen, die ganzen Kleidungsstücke aus dem Regal zu holen. Vielleicht habt ihr so ein kleines Muster erkannt. Ich sortiere ja zum größten Teil meine Kleidung immer nach Farben. Genauso habe ich die jetzt auch hier hingelegt und werde gleich jedes einzelne Teil wirklich durchgehen und schauen, ob ich das die letzten Monate oder die letzten anderthalb, zwei Jahre angezogen habe. Und wenn nicht, dann kommt es weg. Und genau, so werde ich das jetzt auch alles durchgehen nach der Reihe, werde es dann auch neu sortieren, neu falten. Vielleicht müssen Sachen neu gebügelt werden, weil ihr seht, die waren nicht wirklich ordentlich in dem Regal eingeräumt. Und das war tatsächlich nur die erste Ladung aus diesem mittleren Regal hier. Das werde ich jetzt mit allen weiteren Regalen machen und jedes Teil durchgehen. Dann hoffen, dass es ein bisschen Luft gibt. Ich habe übrigens ein Video auf YouTube online gestellt, vor einigen Monaten, wo ich meinen kompletten Kleiderschrank ganz akribisch mit euch umsortiere, aussortiere. Und das kann ich euch gerne unten in der Infobox mal verlinken. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da gebe ich auch einige Tipps, wie ihr euch am besten von Dingen trennen könnt und wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um sich von Dingen zu trennen. Und gebe auch Tipps, wie man die Kleidung am besten ordnen kann. Und genau, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich glaube, das würde sonst dieses Video hier sprengen, wenn ich das alles nochmal aufzählen würde. Ich mache mal hier weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hatte euch das Ankleidezimmer noch gar nicht fertig gezeigt. So sieht es jetzt komplett aufgeräumt und einmal aussortiert aus. Ich habe hier auf dieser Stange einiges rausgeschmissen. Also wirklich ganz, ganz, ganz viele Kleider. Hier habe ich wieder ein bisschen Platz gemacht, ganz viele Jacken auf den Dachboden nach oben gehangen, die wir jetzt aber auch bald dann in Kartons packen müssen. Ja, auch hier ist wieder alles ordentlich und nach Farben sortiert. Hier ist auch wirklich einiges rausgeflogen. Ich glaube, insgesamt habe ich drei große blaue Säcke aussortiert. Und auch hier die Stange ist wieder ordentlich. Jetzt habe ich zumindest hier schon wieder eine Grundordnung reingekriegt in mein Ankleidezimmer. Und es hängt wirklich nur noch alles hier auf den Stangen oder liegt auf den Brettern, was ich auch wirklich ins neue Haus mitnehmen möchte. Da werde ich auch mehr Platz nach oben hin haben. Ich hoffe, dass ich auskomme mit meinen ganzen Klamotten. Da habe ich auch mehr Kleiderstangen eingeplant, dass ich wirklich mehr lange Sachen hängen kann. Und habe so ein paar Fächer weggelassen, weil ich wirklich viel mehr hängen möchte im neuen Schrank. Damit komme ich einfach besser zurecht. Dann ist das Ankleidezimmer somit auch schon mal abgehakt. Ich werde die nächsten Tage mich dann auch nochmal um diesen Schrank hier kümmern. Und da sind ganz viele Pflegeprodukte drin. Und wenn ich mich jetzt einmal hier drehe, gibt es auch noch diesen Schrank. Das ist quasi der gleiche, nur nochmal mit Make-up. Die werde ich auch nochmal sortieren. Dann nimmt das hier langsam alles Gestalt an. Ein neuer Tag, neue Motivation. Für mich geht es heute weiter mit dem Aussortieren, sodass wir wirklich nur das Nötigste mit in unser Traumhaus nehmen können. Und ich habe mir heute einen weiteren Schrank in meinem Ankleidezimmer vorgenommen. Wir haben ja schon gemeinsam hier das Ankleidezimmer aussortiert. Und es ist bis dato tatsächlich auch ordentlich geblieben und relativ übersichtlich. Und wenn ich mich jetzt mal ein bisschen weiter drehe, landen wir hier bei diesem Schrank. Den seht ihr auch immer bei Instagram, wenn ich hier meine Outfits euch abfilme. Und in diesem Schrank befindet sich ganz, ganz viel Kosmetik, wie ihr hier seht. Ganz viele Pflegeprodukte. Und ich bin gerade schon dabei, ja, da Tabula Rasa zu machen und einiges rauszuschmeißen. Und da dachte ich, ich nehme euch dabei auch wieder mit und zeige euch jetzt mal, was ich alles schon aussortiert habe. Ja, hier hat sich schon einiges zusammengesammelt. Und das werde ich alles, alles abgeben, weil es einfach für mich viel zu viel ist. Eigentlich habe ich in diesem Schrank Sachen gelagert, die ich gerne selber ausprobieren wollte oder selber verwenden wollte. Aber wie ihr seht, das ist einfach viel zu viel. Also ich wüsste nicht, wann ich die ganzen Sachen alle für mich verwenden sollte. Und ich habe auch schon einiges an Freunde und Familie verschenkt. Und genau, deswegen wandert das alles in die Verlosungskiste. Und ihr könnt euch auch wieder auf tolle Verlosungen freuen. Wir haben da schon wieder einiges zusammengesammelt. Ja, und hier bin ich jetzt gerade noch ein bisschen am Rumsortieren. Weiß noch nicht ganz genau, wohin. Aber die Schubladen sehen schon echt gut aus. Also die waren so voll, dass man die kaum noch öffnen konnte. Und ja, jetzt ist es wieder gut sortiert. Ich sammle hier zum Beispiel gerade alles, was Haare betrifft. Hier in der unteren Schublade ist alles, ja, was das Gesicht anbelangt. Also alles zum Reinigen. Und ich glaube, hier unten werde ich Body Cream und Shower Lotions und sowas reintun. Shower Lotions gibt es nicht, aber Shower Gel ist, was ich meine. Ja, und hier gibt es noch ganz viele andere Schubladen, die ich aber teilweise auch schon durchsortiert habe. Also es lichtet sich hier wirklich und ja, es macht richtig Spaß, einfach wieder Luft in die Schränke zu kriegen. Aber ich habe hier auch noch ein bisschen was vor mir. Also besonders die erste Schublade ist wirklich noch der absolute Horror. Hier sind so Kleinigkeiten drin. Aber es sah wirklich jede Schublade so aus. Also ich bin schon echt gut vorangekommen und mache jetzt mal weiter. Eine halbe Stunde später, schaut mal bitte, was ich alles aussortiert habe. Hier so eine ganze Ikea-Tüte voll mit Masken, Cremes und alles. Also wirklich richtig geile Produkte. Aber wie gesagt, einfach zu viel für mich. Und der Schrank sieht wieder richtig, richtig gut aus. Also hier hat es echt richtig Luft gegeben. Ich habe versucht, ja, der ist jetzt so leer, dass tatsächlich alles hier drin rumfliegt. Ich muss mir da dran irgendwie nochmal eine bessere Unterteilung überlegen. Aber ich habe mir die Sachen eigentlich extra so hingelegt, dass ich alles auf einen Blick sehe. Aber ja, je nachdem, wie wuchtig ich die Schubladen auf und zu mache, fliegt alles durcheinander. Ja, und ihr seht da hinten, da ist auch noch Platz. Also ich habe jetzt extra ein bisschen Space gelassen und alles sortiert. Ja, und so sehen jetzt alle Schubladen hier aus. Also richtig, richtig gut. Ich bin sehr, sehr happy mit der neuen Ordnung. Auch hier in der Küche habe ich richtig tabula rasa gemacht. Da ist so viel rausgeflogen. Der Schrank war vorher so voll, dass die Sachen teilweise schon aus den Regalbrettern rausgefallen sind oder gedroht haben, rauszufallen. Hier unten habe ich jetzt so ganz viel Zeug reingepackt, was wir nicht ganz so oft brauchen. Ja, wenn Besuch kommt oder so. Und hier sind jetzt so diese ganzen Alltagsteller und Schüsseln und alles Mögliche, was man wirklich jeden Tag braucht. Und hier unten, diese Schublade, war bei uns auch immer die reinste Katastrophe. Das ist so diese Öl-Essig-Schublade. Da war vorher auch alles voller Flaschen. Ich habe leider vergessen, eine Vorheraufnahme für euch aufzunehmen. Aber da war super viel schon abgelaufen oder auch leere Flaschen teilweise hier drin. Jetzt ist hier auch wieder alles sehr, sehr übersichtlich. Ich denke, dass wir vor dem Umzug vielleicht auch nochmal das ein oder andere Teil rausschmeißen müssen. Aber das ist jetzt wirklich schon mal so das Gröbste. Erledigt und ja, schon mal sehr gut vorgearbeitet. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und uns bleiben natürlich noch ein paar Wochen zum Umzug. Bis dahin wird sich natürlich auch noch einiges hier tun. Vielleicht wird es auch nochmal einen zweiten Teil geben, kurz vor dem Umzug. Da wird sich bestimmt bis dahin auch wieder einiges anhäufen. Ihr kennt das Spiel. Ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das Video sehen werdet. Und wir sehen uns ganz bald im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao!